Gehen! Also wir sind gerade auf dem Weg zum xxlTuberDay oder TuberDays. Ja, ich würde sagen, wir vloggen das Ganze. Und wir werden Karussell fahren und so und wir werden ein paar Menschen treffen. Und es wird ganz viel Spaß machen und bis später dann. Yay! Ok, wir suchen jetzt das Event-Center. Wir sind drin. Und wir haben so richtig... Ja, wir haben ein YouTuber-Stock. Sag mal, dann nicht im Saal. Oh, doch, doch! Doch, doch ist so ein Hurensohn. Swaggadi-swaggalicious! Wir sind jetzt... Wir sind jetzt hier am Stizzle mit Jonah und Lena. Und wir gehen jetzt ein bisschen Karussell fahren und dann ein bisschen... Hallo! Wir sitzen gleich neben Gaffi, wenn wir Autogramme geben. So, hier werden gleich die Autogramme gegeben. Und wir haben... ...deine Junge getroffen. Und wir haben unsere Zettel ein bisschen umarrangiert, damit wir mit der Crew chillen können. Also mit Jonah und Lena und so. Und es gibt noch einen zweiten Raum, da sollten wir eigentlich drinnen sein. Das ist dieser Raum hier. Oh, meine Kamera ist ja voll. Püccello. Was? Jonah Püccello. Das ist die türkische Version von Jonah Pücce. Ja. Das ist Simon. Und das ist Jake. Und Jake kann tanzen. Guckt es euch an. Ich helfe dir. Also, wir sind jetzt hier am Sitzen. Und gleich gibt es Autogramme und so. So, die ersten Zuschauer sind im Stüssel. Hey, Fresh, die haben ihren Boxen bei Musik. Ja. 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 Ich bin nicht fern genug. Schade an der Stelle. Ja. 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 Also, der Kameraakku war aber gestern leider leer und deswegen geht es heute weiter mit dem zweiten Tag. Wir fahren jetzt wieder zum Movie Park. Ich glaube, Jake. Und wir haben einen neuen Gefährten. Sein Name ist Harry, eine Wassermelone. Das ist er. Und auf der Rückseite haben wir unser Superbaker Maskottchen-Bild, das wir immer auf Autogramm-Karten zeichnen. Und das sieht so aus. Dead movement, though. Wir werden Harry heute ein bisschen töten. Auch wenn er uns eigentlich ganz wichtig geworden ist. Hast du dein Presse-Ding? Das hier? Ja. Bro, nimmst du die... Presse! Presse! Wir sind jetzt wieder im Event-Center. Wir haben grad die Crew getroffen. Diese hässlichen Menschen dort. Das ist meine Brille, du Apferkind. Und jetzt gehen wir aus Essen und nach Carousel fahren. Danke, ciao. Transition über Harry. Ey, unsere Crew ist irgendwie noch größer geworden. Wir haben jetzt Gaffee. Irgendwelche Typen dabei. Und wir wollen jetzt Achterbahn fahren gehen, endlich. Und ich hab Cornflakes und Harry lebt immer noch. Noch lebt Harry. Noch lebt Harry. Geil. Wir sind gerade mit dieser komischen Holz-Achterbahn gefahren. Das war's sick. Hey. Hey. Was soll das werden? Wir warten jetzt auf Sokka und Lena. Wir sind gerade Kacken. Und jetzt kommt eine coole Transition über... Machen wir eine Transition über Alex. Boah. Harry wird jetzt gegessen. Harry wird jetzt getötet. Wir töten. Harry. Wie. Green. Hi. He- Es ist wieder affair. Is der Rolle gegross. Ich habe sogar schon herb성이 zu zweit. Ey, geh mal ein Stück! Ey, gönnt euch! Nehmt das Stück, Harry! Nehmt das ein Stück! Drei Sekunden-Regel, ihr dürft das essen! Dein Saft schmeckt so gut! Willst du auch immer ein Stück Harry? Harry, ich bin stolz auf diesen Mann! Ciao! Wuuuh, Leute! Yeah! Mark Eskalation! Lena! Yeah! Alles klar, Kinder? Harry, I'm Captain! Geh das nicht lauter! Harry, I'm Captain! Wir waren gerade in diesem komischen Karussell dort und wir haben ein bisschen rumgeschrien. Da ist Socker gerade drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Das hier ist eine Nachricht an Socker und Toffel, die mich gerade beobachten. Und zwar, ich möchte euch mal sagen, ich hab euch letztes Jahr im Heidi Park kennengelernt. Ich bin super froh und ihr seid die Geilsten. Macht auf jeden Fall weiter so. Abonniert die beiden auf jeden Fall. Ihr seid richtig, richtig cool. Und nochmal an euch beide, ich liebe euch. Ernsthaft, ich liebe euch. Und ich seh scheiße aus, Mann. Wundert euch nicht. Ich mag halt Wasserbahn fahren. Und ja, Socker, Toffel, jetzt dürft ihr das Video auch ausmachen. Denn hier passiert nichts mehr und ich geh zu euch. Und ja, das war's. Wir sind jetzt reduziert auf nur noch die wenigen, die wir hier sind. Der Tag ist zu Ende. Wir sind alle ein bisschen müde und geschafft. Wir hatten sau viel Spaß. Und haben gut charmelisiert. Oh, hat er nicht gesagt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen fetten Daumen nicht nach oben. Gebt einen Daumen nach oben für diese hässliche Fresse. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.